Wer ist der Nachfolge von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt? Dino Topmüller gilt als der heißeste Anwärter auf die Glasner-Nachfolge in Frankfurt. Der 42-Jährige arbeitete als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister FC Bayern Munich, zwischen Krösche und Topmüller, die sich aus Times zusammen bei RB Leipzig kennen. Andere Medien wie das Bild und Sky berichten, dass Sohn der Kuching-Legende Klaus Topmüller auch Top-Kandidat ist. Eintracht Frankfurt Die Namen von Jeisle und Ilzer sind ebenfalls im Raum Zusätzlich zu Topmüller werden Matthias Jeisle und Christian Ilzer ebenfalls gehandelt, er konnte sich auch einen Wechsel zum SGE vorstellen. Mit Ilzer würde Eintracht jedoch den Dritten österreichisch. Eintracht Frankfurt 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 Vielen Dank.